Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Sensei Lung Bao. Mein Name ist Egbert Aust alias Sensei Lung Bao und ich möchte euch heute kurz mal vorstellen, worum es sich hierbei handelt bei meinem Kanal. Der hat ursprünglich mal als Wissenschaftskanal mit Vater des Wissens angefangen. Als er ganz angefangen hat, da war es noch nicht Vater des Wissens, da dient es nur quasi der Nachhilfe, damit ich nicht zu den Leuten dauernd nach Hause musste, weil das auch zeitlich für mich sehr schwer war. Aber ich ihm trotzdem was beibringen wollte, das war der Sinn des Kanals. Und ja, er umfasst alles, was mich eigentlich hier interessiert in diesem Bereich. Das ist halt Natur im Sinne Biologie, aber auch Chemie und auch die anderen Sachen. Werden dazu kommen, wer sich mein Kanal umschauen wird, wird sehen, hier ist auch Biodiversität ein großes Thema. Anfänglich ein bisschen trocken, weil sich es halt durch die Taxonomie ein bisschen hinzieht. Aber ich werde wahrscheinlich auch irgendwann die Bereiche Astrophysik und so weiter vordringen. Doch der Naturbereich ist nicht alles. Das, was mich auch rein beruflich interessiert und wie es auch angefangen hat, sind die Rechtsthemen durch die Tätigkeit und Umschulung zum Steuerfachangestellten. Hier findet man die entsprechenden Videos dazu. Und jährlich mache ich auch mindestens ein Update, wo ich dann die neuesten Regelungen zum Bereich Steuerrecht, Wirtschaft und Buchführung darstelle, damit man auch up-to-date bleibt. Ja, später hinzugekommen ist der zweite Bereich, das Gaming, das Let's Play. Und ja, das ist wohl eines der bekanntesten Themen, brauche ich nicht, denke ich, groß erklären. Ich spiele und ihr könnt euch daran erfreuen, wie ich mich meisterhaft durch die Level schlage oder was leider eher wahrscheinlich ist, ich ängstlich durch die Gänge irre. Also, um das mal sehr salopp zu sagen. Der neueste Bereich, obwohl ein neues relativ ist, wir haben 2019, jetzt ist Juni 2019 bei der Aufnahme und angefangen hat das eigentlich 2018, der Kreativbereich mit Hörspielen. Eventuell kommen noch ein paar andere Sachen dazu und Ähnliches, weil aufgrund von Krankheit und auch ein paar privaten Sachen haben zwei von meinen aktuellen drei anderen Sprechern neben mir, die ich habe, es nicht geschafft, jetzt in der Zeit teilzunehmen. Da muss man natürlich auch Prioritäten setzen, sowas darf passieren, weswegen jetzt auch schon länger kein Update mehr war. und so wie die Sache aussieht, wird es dann ab August spätestens allerdings ab September weitergehen mit das Tor der Illusion, was aktuell ja läuft. Und das werden wir dann natürlich auch fertigstellen, allerdings nicht wie ursprünglich eigentlich von mir kalkuliert im Frühling 2020, das verschiebt sich jetzt, das wird wahrscheinlich Sommer oder Herbst 2020 werden. Danach fangen wir aber auch gleich an mit dem zweiten, die Essenz des Lebens. Da habe ich auch schon engagierte Sprecher gefunden, Leute, bei denen ich wirklich das Gefühl hatte oder das Gefühl habe auch natürlich, dass sie echt Spaß daran haben, die das schon gemacht haben und richtig gut sind oder aber Leute, die sich gerne üben wollen, aber von denen ich denke, dass sie wirklich das Potenzial haben und ihnen auch gern die Möglichkeit geben möchte, hier dran teilzunehmen. Schon mal vielen lieben Dank an diejenigen, es ist echt toll, dass ihr euch dazu aufgerafft habt, das zu machen. Ich verspreche euch, ich werde das so locker und schön gestalten, wie es wirklich nur so geht und so frei, dass ihr am Ende natürlich eure Aufnahme macht und jeder das hier bei mir auf meinem Kanal oder wenn ihr es verlinkt, halt auch auf euren Kanal dann hören kann. Was das unähnlich angeht, da kann ich jetzt noch nicht viel zu verraten, das sind noch einige Planungsphasen. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber um das Sommerloch, was jetzt quasi durch Krankheit und private Umstände bei meinem Sprecher entstanden ist, zu verbrücken, werdet ihr vielleicht feststellen, ist der neueste Upload, der auch heute tatsächlich stattgefunden hat, der Bereich von kreativen Spielen. Sprich, ich kreiere sehr gerne Spiele, das ist so ein Hobby von mir, werde das auch höchstwahrscheinlich mal digital machen. Da habe ich schon seit mehreren hundert Stunden die Arbeit an einem Rollenspiel, das werde ich dann auch öffentlich machen, wenn es möglich ist, mal schauen, wie das wird, denn aktuell ist mein Zeitplan eng. Aber hauptsächlich angetan haben mir das Trading Card Games und entsprechende Spiele habe ich auch entwickelt. Allerdings wirklich nicht digital, sondern in Papierform, quasi Pen & Paper. Und ja, Pen & Paper, ich habe auch ein Pen & Paper. Und die werde ich jetzt noch in das Sommerloch zu füllen vorstellen. Hier als erstes dann Dungeons & Devotions. Und werde euch auch die Materialien von diesem Spiel komplett kostenfrei zur Verfügung stellen, mit entsprechenden Links, dass ihr, wenn ihr Lust habt, das selber mit euren Freunden oder wie auch immer nachspielen könnt. Allerdings, der Hinweis hierzu, hier bitte keine gewerbliche Nutzung, wirklich nur privat. Denn die Bilder von diesem Bereich, die sind nicht von mir, die sind von anderen Künstlern. Und die haben mir ihre Rechte nicht explizit zugesichert. Ja, das ist nebenbei jetzt also so, wie der Kanal aufgebaut ist. Wir haben hier Wissen, Gaming und Kreativität in verschiedenster Weise. Und wer Interesse hat, kann sich gerne irgendwas oder vieles davon auch gerne anschauen. Mir gerne auch Rückmeldungen geben. Ich lese mir eigentlich jeden Kommentar durch und fast jeden beantworte ich. Ja, Trolle lasse ich links liegen. Das gehört halt dazu. Da bitte nicht ärgern, wer ein Troll ist. Der möge ein Troll bleiben, wenn es ihm Spaß macht. Aber den werde ich nicht kommentieren. Und ansonsten hoffe ich doch, dass ihr viel Spaß hier haben werdet. Und ich sage, viel Vergnügen. Schaut euch um. Tschüss.